Noch vier Tage. Und wir starten ja, so gesagt, den Road to FIFA 15 Marathon. Ja, es sind nur noch vier Tage ab heute. Dann kommt FIFA 15 raus, dann wird sofort installiert und dann legen wir endlich mit der neuen Saison los. Ich kann es jetzt auch gar nicht mehr abwarten. Und ja, wir schauen natürlich erstmal wieder auf eure Level. Da hat mir der CS271199 das nächste Level geschickt, nach langer Zeit mal wieder. Sein letztes Level war ja... Warum kann ich denn jetzt hier nicht nach unten scrollen? Ach hier, war am 4.8., also schon mehr als ein Monat her, aber okay. Wurde schon 820 Mal gespielt, am 20.9., also gestern, erstellt, ja, vier Sterne. Und es nennt sich HSPLP zweites Level. Äh, lesen wir mal. Hi HSPLP und andere. Ihr bei diesem Level, also hier bei diesem Level, zählt es einfach nur, dass du ihr es schafft durchzukommen. PS, HSPLPs beste PSS. Viel Glück, PPS, liebe Grüße aus Österreich. Ach ja, der Österreicher. Ja, HSPLP ist der Beste. Nein, der Beste bin ich nicht. Ich bin nur so gut, wie meine Community ist. Ja, ihr gebt mir ja positive Bewertungen, ihr gebt mir Rückmeldungen und ihr seid einfach eine geile Community. Deswegen ist das hier alles möglich. So, haben wir. Hi HSPLP, ich bin's mal wieder. Ich hoffe, dass du das Level gut findest. Und noch was. Rata, 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 Data. Musik von, wie schön, dass ich heute Zeit hab. So, ich verschwindet. Ah, ja, na klar. Wie schön, dass ich heute endlich einmal Zeit hab. Aber das ist ja nicht das Format. Aber das könnten wir auch mal machen. Wie schön, dass ich heute endlich einmal Zeit hab. Das ist ja geil. Alles klar. Fangen wir an. Die Harpune sollen uns nicht weiter stören. Oh, 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 oh. Aber die Kollegen, die stören mich. Ganz schön weiter, ganz schön weiter. Oh, 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 oh. Au, 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 au. Das tut weh. Das tut weh. Slow part. Ich hoffe jetzt nicht, dass uns die Harpunen hier oder dass uns die Pfeile behindern. Ich glaub nicht. Slow part. Mit Schmackes rein, der HSPLP-Beste. Wee. Oh, 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 oh. Ja, das ist gut. Aber wir verlieren die Pfeile. Oh. Hier drin sind Miene. Oh, nein. Oh, da hab ich grad noch so eine gesehen. Hier rüber. Gut. I came in like a wrecking ball. Wow. Alter. Das ist aber nicht nur Miley Cyrus. Miley Cyrus ist auch ihre Geschwister. Ach du Scheiße. Gut, weiter geht's. Gut, die Harpune, die sollen uns nicht behindern. Oh, aber die Miene. Da müssen wir aufpassen. Oh, wieder die eine. Auffassen. Abwehren, abwehren, abwehren. Ja. Schön den Hinterkopf ab. Oh, nein. Scheiße. Mist. Aber leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Das ist bei mir leider schon zu spät. Das ist nun mal so. Aber naja. Oh, 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 oh. Ich wäre das immer nur schade, dass ich diese Levels nie bis zum Schluss schaffe. Okay, die Harpune, die ist irgendwie fail. Ja, rum, 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 rum. Gut, wir haben nur was in den Rücken gekriegt. Das ist nicht so schlimm. Alles okay. Slow part, slow part. Slow part. Gut, unser rechter Arm hat ein bisschen was abgekriegt. Aber sonst ist das alles okay. Noch können wir was schaffen. Komm. Ja. Da ist der Pfeil ab. Jetzt müssen wir aufpassen. Bremsen, bremsen. Ja. Hier müssen wir auf die Minen aufpassen. Hier sind aber... Ah, da ist eine Mine. Haben wir die Links-Rechts-Taktik? Wow, 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 wow. Wow, nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, haben wir, haben wir. Unser Bein hat ein bisschen Schaden genommen, aber das macht nichts. Da müssen wir jetzt gucken. Wie kommen wir denn da am besten durch? Oh, ja, 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 ja. Oh, 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 stopp, stopp, stopp. Oh, nein, ne? Ich hab jetzt nicht verloren. Ich wollt schon sagen. Wenn du hier noch was erwartest, hier kommt nur noch das Ziel. Aber das brauchst du nicht, oder? Danke für das Spiel meines Levels. Soll ich mehr machen? Liebe Grüße, dein CS271199. Auf jeden Fall, mein lieber CS271199. Wenn ich deinen echten Namen wüsste, würde ich mich persönlich bedanken. Ja, sehr schönes Level. Zurecht vier Sterne. War eigentlich alles dabei, was ich nicht mag. Also, Daumen hoch auf jeden Fall. Wenn man hier einen Daumen hoch geben könnte. Oder eine Bewertung. Das kann ich leider auch nicht, weil ich mich nicht angemeldet habe, beziehungsweise eingeloggt habe. So, weiter geht's. Ähm, ja, vielen Dank also an den CS271199. Und, ja, fleißig weiter Levels machen. Dann seid auch ihr im Video mal dabei. Ihr könnt auch gerne euren Kanal dann am Ende mit einfügen. Da hab ich gar kein Problem mit. Ein bisschen Eigenwerbung schadet gar nichts. So, das letzte Mal haben wir, ähm, noch ein paar Levels gemacht von dieser Woche. Äh, nach den neuesten. Hatten wir. Hatten wir, glaub ich, ne? Jetzt machen wir mal vom Rating her. Diese Woche. Was hatten wir da denn? Epic Bottle Run. Das 99,99% Impossible von POS Elements. Das hatten wir auf jeden Fall. Das weiß ich. Hier haben wir nochmal einen Rope Swing von Ryland 8. Ryland 8. 98.000 Mal gespielt. Äh, viereinhalb Sterne. Kann ja gar nicht so scheiße sein. Wir gucken mal. A Rope Swing dedicated to Willyrex. Have fun and if you like it, raid 5. Enjoy it. Mal kurz am Auge kratzen. Ah, so. Weiter geht's. Rope Swing Level. Ja, wie für mich geschaffen, Freunde. Sag ich ja, nach dem Tutorial kann ja gar nichts mehr schief gehen. Also, ich bin ein guter Dinger. So. Hier rauf. Achtung. Ja, gut, dass die Wand da ist. Die unsichtbare Wand da. So. Pelota. Pelota. Was heißt Pelota? Das ist irgendwas Spanisches. Also scheint das ein Spanischer. Nein! Ein Spanisches Level zu sein. Oder für einen Spanier erstellt. Keine Ahnung. Ich kann kein Spanisch. Deswegen. Deswegen, äh, ich kann das nicht auf Deutsch übersetzen. Und das geht nicht. Pelota. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schön hier rauffallen. Schön festhalten. Ja. Schön so rein. Jetzt gucken wir mal, wo wir landen. Oh, 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 oh. Bitte nicht. Bitte im Ziel. Festhalten, festhalten. Hier festhalten. Be careful with this rope. Okay. Vorsichtig sein mit dem Rope. Festhalten. So. Jetzt dreht sich das Ganze auch noch. Oh je. So. Geschafft. 35,67 Sekunden. Nicht schlecht. Ähm. Ja, hat Spaß gemacht. Mal gucken, ob wir noch eins machen. Von Lukas. 8. 7. 2. Mal fürs. Da bin ich mir nicht sicher, weil das hatten. Doch, das hatten wir. Das hatten wir auf jeden Fall. Wir scrollen mal weiter nach unten. Was haben wir denn hier noch? Hier. Wir machen mal den BMX Park Unlocked von The Real Thing 76. Auch schon 154.000 Mal gespielt. Am 14.09. Er ist erstellt. Also das scheint wohl ein recht beliebter zu sein. In the end I chose actually to release the character lock. So it is no more fun. This will be my last reupload for a while due to school work. But may return around Halloween over holidays. I'll still be on YouTube. Thanks The Real Thing 76. Also macht jetzt auch erstmal Pause wegen der Schule. Äh. Was war das? Wir nutzen einfach mal den Fahrertypen hier. Ist ja geil. Oh 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 oh. Weiter. Ja, jetzt spielen wir mal einen. Jetzt machen wir mal einen auf Tony Hawk hier. Aber dazu bräuchten wir ein Skateboard. Ehrlich. Zack. Epic Flip. Zack. Ja, das haben wir doch gut hingekriegt. Scheiß mal auf Tony Hawk hier. Zack. Wow. Dette, dette. Hat das wer von euch eigentlich gespielt früher? Tony Hawk. Ich hab das früher gespielt. Auf der Playstation 1 damals noch. Hör mal. Zack. Oh. Habt ihr das gesehen? Und nochmal. Wui. Alter, wer ist Tony Hawk? Hier. Guckt euch das an. Geil. Super. Hat zu Recht. 4.5 Sterne von TheRealThing76. Mega. Also, ich fand das okay. Spike Fall. Epic Wheel. Hier Epic Wheel von Miturz. Auch schon 44.000 Mal gespielt. 4.5 Sterne. Kein Kommentar. Bäm. Das war nochmal eine Eröffnung. So kann man doch mal rein starten. Oh. Hier müssen wir viel Schwung nehmen. Oh. Großer Looping. Großer Looping, Freunde. Oh. Bitte, bitte, bitte. Oh. 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 Vorsicht. Vorsicht. Drei. Wow. Wie oft denn noch rum? Ja, haben wir, haben wir, haben wir. Sehr gut. Sehr gut. Ah, das geht immer weiter. Wow. Scheiße. Das geht immer weiter nach innen. Ich hab das gar nicht gesehen. Okay, aber weiter werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr kommen, oder? Wir, wir warten einfach mal ab. Wir sind ja schon tot. Komm, kriegen wir eine Victory? Nein, leider nicht. Schade. Komm, wir machen es nochmal. Das war richtig geil, übrigens, ne? Epic Wheel. So, komm rum. Zack. Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Noch sind wir gut drin. Oh, nein. Oh, aua, aua, aua. Das ist das Problem. Wir dürfen nicht auf den Rücken fallen. Wenn wir auf den Rücken fallen, sind wir sofort tot. Das ist einfach so. Das ist blöderweise so gemacht von Happy Wheels. Ich kann da nichts für. Aber es ist ein richtig cooles Level von Miturz. 100 Ways to Die. Kill Justin Bieber. Hatten wir das? Hatten wir das nicht schon? Bin grad am Überlegen. Äh. Wir hatten ein anderes Level, glaube ich, wo wir Justin Bieber töten mussten. Gut, jetzt haben wir mich und Justin Bieber gekillt. Eigentlich wollten wir Justin Bieber. 1000 Ways to Die von Mr. Death Forever. Passt, ja? 4,5 Sterne. Dumb's Way to Die. So enjoy and wait. Gucken wir mal. Horror Hospital. Wait. Don't jump. Okay. Niggas Revenge. You will die. Passiert da irgendwas? Okay. Sexy Kill. Toilet Time. Oh je. Auf der Toilette erschossen. Alien Baby. Plants Power. Was ist zu denn? Ey, ey. Ey, der schlägt mich. Ey, Ananas Andi. Warum? Ey, Ananas Andi. Warum schlägst du mich? Ach, nö. Toilet. Jetzt hat er mich gehauen. Ey, das gibt Rache. Ananas Andi, das gibt Rache. Jetzt machen wir noch den Impossible Wall Jump. Und dann soll es das auch gewesen sein von Kuma X Ban. 56.000 Mal gespielt. Auch 4,5 Sterne. Hard. Wall Jump. Jetzt gucken wir einfach mal, wo wir lang müssen. Wall Jump. Hä? Einfach hier runter? Ach, du Scheiße. Gut, so einen Wall Jump habe ich auch noch nicht gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht können wir ja... Oh, irgendwie... Nein. Mist. Da hätten wir uns draufhalten können. Moment, ich versuche das... Ich versuche das nochmal. Pass mal auf. Nein, halt dich fest. Ach, Mist. Aber ich weiß jetzt, wie wir das machen können. Wir müssen einfach nur der Harpune ausweichen. Jawohl. Da kriegst du wenigstens einen geraden Rücken wieder. Einen geraden Rücken wieder. Nein. Aufgespießt. Mist. Wie soll denn dieser... Oh, no. Das denke ich mir auch immer, wenn ich mir... meine alten Videos angucke. Oh, no. Aber wie willst du denn diesen Wall Jump schaffen? Gibt es da irgendwie einen speziellen Trick? Ich habe sowas, wie gesagt... Ja. Ah. Aha. Jetzt haben wir den Trick raus. Oh, warte. Bleib oben. Nein. Wir hätten oben bleiben müssen. Scheiße. Das will ich jetzt noch schaffen. Jetzt habe ich den Dreh langsam raus. Jetzt haben wir den... Ah. Jetzt habe ich das langsam raus. Ja. Oh, nein. Ich hätte es geschafft. Ich hätte es geschafft, wenn diese verfickte Hapune mich nicht daran gehindert hätte. Aber ich weiß jetzt, wie wir das machen. So. Ja. Hm. Wir müssen eigentlich sofort hier ran. Und dann wieder dahin. Scheiße. Jetzt haben wir genau da... Zwischen Hapune und... Win geflogen. Wir werden mal ein bisschen hier nach vorne. Und dann wieder... So. Nein. Ach, fuck. Scheiße. Wir hätten das fast geschafft. So. Oh, nein. Und jetzt... Ich kriege das am Anfang ja mal nicht hin. Ich kriege am Anfang die Kurve nicht. Da wird mein Kopf natürlich voll zerfickt. Ey. Das ist natürlich auch nicht gut. So. Nein. Oh, das kratzt mich jetzt gerade wirklich an. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer, das Level. Das ist zu schaffen. Wenn man weiß, wie es geht. Ach, Mist. Gut, schade. Aber auf jeden Fall... Ach, du Scheiße. Mein halber Oberkörper. Also, auf jeden Fall mal eine andere Map. Also, solche Happy Wheels Map habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Mensch, halt dich doch da fest. Halt dich doch da fest. Ich stre... Ach, du Scheiße. Mein halber Körper wieder. Halt dich doch da einmal fest, Junge. Hör auf, dich in der Luft zu zer... Aber wir waren noch am Leben. Wir hätten das noch schaffen können. So, wir versuchen es jetzt genau noch fünfmal. Und wenn wir es dann nicht geschafft haben, dann tut es mir leider leid. Aber auf jeden Fall... Die Map ist zwar nicht groß... Och, halt dich doch da fest. Scheiße. Die Map ist zwar nicht groß, aber sie macht trotzdem Spaß. Oh, okay. Es war zwar ein bisschen zu viel Rückschuss, aber egal. Wir... Wir deichseln das jetzt kurz. Pass auf. So. Boah, aufgespießt. Durch den Anus durch. So, was war das jetzt? Noch dreimal. Ja. Oh, ich bin Gott. Ich bin Gott. La, 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 la. 3,57 Sekunden. Also richtig cool gemacht. Vom Kuma X-Bahn. Zwar nicht viel. Nicht umfangreich, das Level. Aber es macht trotzdem Spaß. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo da. Und dann... Ja. Bis gleich in der Endcard. Euch noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, noch vier Tage bis FIFA 15. Also, bis dahin. Ciao. Und schon wieder ist eine Folge Happy Wheels vorbei. Rechts kommt ihr wie immer zum letzten Video. Darunter könnt ihr auf Abonnieren klicken, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. But there's no way to go I got to find my way My way so I don't fall